Doppel Ring von Niko mit 11,8 Gramm NEM Echt laut, Big Fleshing Thunder, grün Wow, große Ausbreitung sogar Wow, war extrem laut, QBC von Niko Wow, extrem laut Börst von Niko Schön, Booster D-Panda Schlechte Verarbeitung, aber knallt sehr, sehr gut Erfahrungsgemäht Ah, extrem laut Für mich eigentlich der Beste Wow, extrem zerlegt Sehr schön Schöner Fisch-Effekt Boah, schöne Multi-Color Stars Shark von Veko Bombenfüllung, Flash-Effekt Schauen wir, was die kann Bestimmt kommt sie wieder sehr früh Boah, war die gut Und hier noch ein schöner Willkommen Schöner Fisch-Effekt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020